Ein recht unterhaltsames Freitagabendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen endete letztendlich mit 1 zu 1 und in diesem Video gehe ich näher auf den Spielverlauf und die Taktik beider Mannschaften ein. Zunächst einmal sehen wir hier Bremen in ihrem gewohnten 3-5-2 System, das sie ja unter Ole Werner eigentlich quasi immer praktizieren, während Frankfurt, die sich immer so ein bisschen an den Gegner anpassen, gegen den Ball in einer Fünferkette agiert hat, wie man in dem Bild auch sieht. Aber im eigenen Ballbesitz hat Frankfurt dann ganz klar mit einer Fünferkette gespielt in der ersten Aufbaulinie und tatsächlich sah ein großer Teil der ersten Halbzeit genau so aus. Frankfurt hatte den Ball in der Fünferkette hinten und Bremen stand in ihrem gewohnten 5-3-2 gegen den Ball, relativ kompakt, vor allem im Mittelfeld, im Zentrum und so hat dann Frankfurt relativ wenig nach vorne gespielt, dem Ball eher hinten rum gepasst und wenn man es mal nach vorne versucht hat, dann gab es relativ viele Fehlpässe auch in der ersten Halbzeit, weil die Struktur halt schon relativ anspruchsvoll ist. Man hat hier klar in einem 4-1-5 gespielt, Tutar, der alleinige Sechser, komplett allein im Zentrum und das obwohl er ja eigentlich gelernter Innenverteidiger ist. Er macht es da zwar gut, aber als alleiniger Sechser schon ein bisschen schwierig. Die Idee war aber insofern, dass man häufig durch das Zentrum linienbrechend spielt auf die drei zentralen Spieler von ganz vorne, nämlich Götze links im Zentrum Mamouche und rechts Shaibi, die dann halt immer mal wieder kurz kommen sollten, dem Ball entgegen und dann mit dem Ball aufdrehen konnten zwischen den Linien, aber so wirklich geklappt hat es halt nur ganz selten und es gab da einige Fehlpässe, vor allem von Koch ungewohnt viele, aber auch von Collins auf der rechten Seite, der aber an sich ein relativ solides Debüt gemacht hat. An der Stelle muss man aber auch Bremen loben, die haben es immer gut zugestellt, mit den drei Mann im Mittelfeldzentrum die Passwege nicht geöffnet und es Frankfurt dann so eben schwer gemacht, sich flach hinten rauszuspielen. Man hatte teilweise Erfolg, zum Beispiel hier kam Shaibi mal kurz, spielt dann einen langen Ball über das Mittelfeld, über die Abwehr in die Tiefe hinter die Kette für Mamouche, der nimmt dann auch einen guten Abschluss, also wirklich eine gute Chance, aber eigentlich war es nicht der Plan von Topmöller lange Bälle zu spielen, das hat man nur ganz selten gemacht, aber wenn, dann war es eigentlich gar nicht mal so schlecht und so unerfolgreich. Da man es selten geschafft hat Bremen zu überspielen, kam dann oft Götze ein bisschen tiefer im Aufbau, zum einen mal wie hier als Linksverteidiger, dann ist Max weiter vorgeschoben, im Prinzip war es dann die gleiche Struktur, aber du hast mit Götze dann halt einen besseren Passspieler hinten oder dann auch des öfteren Mal wie hier, dass er ins Mittelfeldzentrum sich neben Tutor fallen lassen hat, dann hast du einen 4-2 Aufbau und du hast einfach nochmal mehr Passoptionen und kannst es besser ausspielen, aber tatsächlich hat man es nicht permanent so umgestellt, Götze war dann auch in der zweiten Halbzeit wieder vorne in der 5er Offensivreihe und wir schauen hier nochmal auf das Bild, der Plan war ja durch das Zentrum zu spielen, aber man hatte ja auch auf dem Außenplatz, hatte ja links wie rechts zwei Spieler auf dem Flügel, also die äußeren Spieler in der Viererkette und die Breitengeber der offensiven Fünferreihe, aber hat man es über den Flügel gespielt, wie hier Koch, der auf Collins rechts rausspielt, dann hat Bremen es auch gut verschoben und gut zugestellt. Wir sehen hier, der linke Achter schiebt dann auf den Rechtsverteidiger, zudem verschiebt halt die komplette Mannschaft in der 5-3-2 Struktur mit auf diese Seite, macht es dann eben auf Außen zu, der Ball kommt zwar durch auf Ebimbe auf der rechten Seite, aber der linke Schienenspieler Agu von Bremen setzt ihn dann unter Druck und Bremen kann den Ball gewinnen und dann auch direkt umschalten. So kann man über das ganze Spiel eigentlich sagen, dass Frankfurt sowohl mehr vom Ball hatte, als auch mehr Chancen, Bremen dann aber meistens doch eher die qualitativ besseren Chancen, wenn man auch wenig vom Ball hatte und auch weniger Chancen hatte, aber wenn man nach vorne kam, wurde es eigentlich meistens relativ gefährlich und so lief es dann auch in der zweiten Halbzeit weiter, von Frankfurt kam eigentlich fast gar nichts, man hatte zwar den Ball, aber kreiert hat man sich nicht wirklich was, dann hat Bremen mal einen Freistoß rausgeholt und der kam eigentlich überhaupt nicht gut von Dux, der kommt da halb hoch rein und dann ist es Dey, der mit dem Fuß drankommt, also eigentlich müsste man das schon wegverteidigen zunächst von Frankfurt, Trappell zunächst und dann ist es Vejkovic, der den Ball über die Linie schiebt. Und auch im Anschluss kam nicht wirklich was von Frankfurt als Antwort darauf, man hat genauso weitergemacht, weiter in dem 4-5-1, sich nicht wirklich viel rausgespielt und dann kam halt eben diese Szene, Bremen ist vorne, Steig geht da viel zu ungestüm rein, holt sich die rote Karte ab und das hat das Spiel nochmal wirklich auf den Kopf gestellt. Durch die daraus folgende Überzahl wägte Frankfurt echt nochmal wie wachgerüttelt, aber das Ganze macht es sich vor allem auch taktisch bemerkbar. Wir sehen nämlich hier, Bremen hat dann natürlich zwangsläufig einen Mann weniger, deshalb haben sie umgestellt auf ein 5-3-1, also die fehlende Position als vorderen Anläufer genutzt, da einen weniger gehabt mit Dux und dementsprechend hat Frankfurt es so gemacht, dass sie immer einen aus dem Viereraufbau vorne in die letzte Linie geschoben haben, weil da waren sie dann in der 4-1-Überzahl gegen Dux, dementsprechend war das viel zu viel. In dem Fall ist es Linksverteidiger Nkunku, ganz links auf der Seite, der nach vorne schiebt und wir sehen 6 Mann in der letzten Linie von Frankfurt, also auch eine Überzahl, einmal mehr wie die Bremer und sie haben es dann echt gut ausgespielt, viel Druck ausgeübt. Ich meine, Bremen war dann auch extrem tief und so hast du da natürlich den Platz, kannst du um sie rumspielen und das ist dann auch recht zeitnah nach dem Platzverweis gelungen, beziehungsweise eigentlich kurz danach. Da ist es wieder so, dass einer aus dem Viereraufbau nach vorne in die letzte Linie schiebt und zwar Rechtsverteidiger Tuta, also der hat dann Rechtsverteidiger gespielt, als Larsson eingewechselt wurde im Zentrum. Man sieht hier auch die Unordnung, sag ich jetzt mal, bei den Bremern, die überhaupt nicht damit klarkamen, was Frankfurt dann gemacht hat. Wir haben jetzt auch bei Bremen 6 Mann in der Abwehrreihe, dementsprechend fehlen aber im Zentrum auch Spieler, so ist da auch keiner, der Druck auf Innenverteidiger Pacho ausübt, der hier einen guten Ball über die Abwehr hinweg schlägt, auf den eingelaufenen Tuta, der dann wirklich einen Weltklasse-Kopfball über Zetterer hinweg ins Tor setzt. Aber bleiben wir bei Tuta, denn nachdem Tor hatte Frankfurt echt eine gute Drangphase, war mehr oder weniger dran, noch in Führung zu gehen. Allerdings ist es dann Tuta, der wieder für Gleichzahl sorgt, indem er Agu relativ hart trifft, gibt dann auch die glattrote Karte nach Videobeweis und danach war Frankfurt zwar schon auch noch am Drücker, aber die Partie ist schon nochmal so ein bisschen abgeflacht und endete dann letztendlich mit einem Remis, das schon mehr oder weniger klar geht, wenn man das ganze Spiel betrachtet, weil Frankfurt hatte zwar mehr vom Spiel, aber es gab auch Phasen, wo man wirklich ideenlos war, sich kaum was rausgespielt hat und dann hatte man zwar diese Phase, wo man extrem Druck ausgeübt hat, aber halt auch erst nachdem man in Überzahl war, nach dem Platzverweis und Bremen hingegen hat es halt wie meistens in ihrem System gespielt, die bleiben sich ja meistens treu, haben mal gekontert, mal wirklich auch gute Szenen aus dem eigenen Positionsspiel herausgehabt, zwar nicht so viel, eher gegen den Ball orientiert gewesen, aber dann muss man sie auch loben, haben es gut verteidigt, vor allem im Zentrum, relativ wenig durchgelassen und dementsprechend meiner Meinung nach ein komplett verdienendes Unentschieden, mit dem beide so leben müssen nach dem Spielverlauf und dann würde mich aber noch interessieren, was sagt ihr zum Spiel? Seht ihr jetzt ähnlich wie ich? Wer wäre der verdientere Sieger gewesen? Schreibt gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, falls es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!